Wähle die richtige Antwort aus, entweder A, oder B, oder C. Was bedeutet Intrakutan? Unter die Zunge? In die Lederhaut? Unter die Haut, oder in die Unterhaut? Was bedeutet Intrapulmonal? In einen Muskel? In die Lunge? In die Nasenhöhle? Was bedeutet Intraurethral? In die Harnröhre? In die Gebärmutter? In die Vagina? Was bedeutet Intragastral? Unter die Zunge? Über den Darm? Im, oder in den Magen? Was bedeutet Intraokular? In das Auge? In einen Knochen? Über den Massdarm? Was bedeutet Intrakadial? Injektion in das Herz? In das Auge? In die Arterie? Was bedeutet hier, Aural? Über den Darm? In den, Gehörgang? Unter die Zunge? Was bedeutet Parenteral? Umgehung des Magendarmtraktes? Unter die Zunge? Über den Mund? Was bedeutet, Intraarteriell? In eine Vene? In einen Muskel? In die Arterie? In die Arterie? Was bedeutet, Intraossäer? In einen Nerv hinein? In die Harnblase? In einen Knochen? In ein 3-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Vielen Dank.